Ich gebe euch, weil ich muss kurz ein Wort googeln Und wenn ihr das erratet, kriegt ihr 10 Euro von mir Ich google und male es richtig Warte mal, wer hat das jetzt gesagt? Das war nicht nichts, scheiße Ja klar, bestimmt Das erkennt irgendjemand, oder? Welches male Ja komm, er kennt nicht mal jemand, welcher euch das Bild hinzeigen würde Ihr würdet das Bild, ihr würdet es nicht richtig machen Mach jetzt! Ja, jetzt mach einfach, du Faggelt Vulkan Vulkan Ey, Moment, jetzt würdest du einfach gegen dieses Geräusch kommen Äh, jetzt geht Ey, Kilian, das war eine Behinderung Als ob du das Wort kennst Ne Ja, was ist es denn? Ey, Kilian Das sagen wir nicht, Leon Ja, ich weiß, ich versuch was wert Versuch was wert Das liegt doch daran, dass ich besser als 10 Euro auf meinen Nacken, Digga Ne Das ist geschummelt, das zählt Also, Spieler ist die einzige Person Wo ich Komm, dazu musst du jetzt auch stehen, hoch Ne Ich weiß es Ich hab's denn vor Kilian abgemacht Mann, Junge Mann, vor allem, ich wusste es auch, ich hab mich nur vertippt Oh, das ist so easy Ja, guck mal, das ist der heilige Schöne Wartenwink, Digga Ist das schon wieder Nero, oder was? Alter, so easy Burg, Turm Ey, Christian, Christian, wenn du Burg und Turm zusammenfühst Was kommt dann? Guck mal, hier können wir doch auch schön was hinmalen So, iiii Christian, wenn du Burg und Turm zusammenfühst, was kommt dann? Achso, natürlich, Turmburg Hallo, Warte! Ja, alles gut, er hatte so 0 Punkte Wenn's jetzt wieder Junge ist Was ist denn eigentlich bei Junge dieses... Boah, ich kann aber nicht tippen, das ist so schlimm Christian, du bist außerdem auf Alter 4 gekommen Was ist das? Ich weiß es, ich weiß es Ich wusste es! Oh, fuck, Kilian Fuck, Kilian, das ist so erregend Nehmen wir an das Wort Ah, nein, wie heißt das? Ach, ja! Björn, ich kann aber nicht tippen Oh, Björn, Tim Damm Mit, bitte hast du nicht, ich möchte ein bisschen weiter malen Und er regnet schon schon an den Dieser Jürgen Gehbaum, oder wie der hieß Nein, warum macht der kein Foto? Ich wollte ein Foto von dem Chat machen Ey, Alter, aus dem Clip, wie alle... Das ist ein Kreuz Ey, wieso bin ich denn gerade so scheiße, oder? Das liegt... Nee, das liegt einfach nur ein Hochso... Ein anderes Wort dafür Ey, wie soll man denn darauf kommen? Wahrscheinlich ist das jetzt Friedhof, oder so Ja, Friedhof bei den Buchstaben, oder? Ah, ich weiß es, ich weiß es Warte, sieht man nicht eigentlich, wieviel Buchstaben das ist? Ja, oh! Ja, ich muss immer so scrollen, dass ich... Kaufe den Bildschirm Okay, fuck, mir ist gerade aufgefallen, Delfin wird sie mit dem Bildschirm Delfin, Junge, Delfin Ja, der ist Delfin, klar MASHALLAH! Guck, Kilian, wir verstehen uns einfach Mal nicht mal weiter Ist perfekt gemalt, ne? Wir machen weiter Warte ganz kurz Danke Danke Noch geschrieben, A-G-A-G A-Aber-G-A-G Deswegen gab's nur noch zwei Pfeile, weil's plural ist, aber okay Denken können nicht alle hier Ah, okay, G-A-G Ähm, ich heiße es No way Äh W- w- hä? Ja! Ja! Oh mein Gott, er hat ohne Haar geschrieben, oh mein fucking Gott Er hat ohne Haar geschrieben, wo? Wo? Was hat er geschrieben? Ja, okay Ich hab einfach keine Lüste mehr, Jungs Das ist momentan Das ist momentan Können wir das bitte auch aufnehmen, in dem ihr auf der Spaghetti falsch schreibt? Ey Leute, wo ist so? Jungs Leon, ich würd echt mal an deiner Bildung arbeiten, bist du auf der Hauptschule oder was? Ey ganz ehrlich, Leute, wo sind wir, dass wir da alle nur Spaghetti erkennen? Nein, Leon hat's nicht erkannt Ja, es war alles ja auch er hat nur Spar-getti erkannt und Spar-getti und Spargetti die Dinger nein das sind keine Anime, irgendwie sieht es ein bisschen aus dem Anime aber kann nicht mehr tippen ich dachte Sommersprossen Wintersprossen ich wette das ist irgend so ein Fachbegriff von Pekin aber Leon die haben die Fresse ja Kilian natürlich Kilian Tor mit auf Leons Zell auf das ist aber ein Pfosten pass mal die sind aber legit diese Hose ich hab's auch mal falsch geschrieben G H G weil ich's falsch geschrieben hab G H G weiter so Leon G H U H H H I H I H H H Du hast es mit 3S geschrieben und Sommerprossen geschrieben. Es war so gut für mich gemalt. Was ist denn das jetzt? Das ist bestimmt sowas wie Hessen müssen abgeschlachtet werden. Ja bitte. Ich kann Nudeln. Ja bitte. Kommt ja nicht mit den Forderungen. Ich kenne das denke ich nur an Essen. Ich kenne auch nur an Essen, das ist das Problem. Das ist ein leckeres Spiegelei. Ich habe gesagt, die Pommes liegen aber weit auseinander. Ich weiß es. Ach fuck. Ich kenne auch nur an Essen, das ist das Problem. Das ist ein Siegerpodest. Warte, ich glaube ich weiß wie das Ding heißt. MMMMMM MASHALLAH! Das ist jetzt nicht das Triumphpodest. Warte. Was soll das sein? Das Game muss ja innen bitte. Ah! Ich bin heute so eine Legende, nur ein Joke. Dann muss es Landstraße sein. Ah ne, ich weiß es! Ich hab's. Ich hab's. Ja perfekt. Junge, was soll das sein? Votekick aber. Nee, das ist richtig gut gemacht. Das ist richtig gut. Dann halt die Fresse. Sorry. Ach, weiß ich ja selber. Ja, ich hab's doch geschafft. Danke. Ja, das ist für mich Maschinen. Das soll ein Mähdrescher. Ja, bestimmt ist das ein Mähdrescher oder? Für mich waren das Patronen, die da rausfließen. Aber Kilian, wie kann man denn so on fire sein? Okay, jetzt kommt wieder Weisterleistungen. Erwartet Großes. Ey Jungs, das war kein Mähdrescher. Bevor das ein Mähdrescher ist, bin ich ein Mähdrescher. Alter. Ja. Jod. Alter, hab ich ja erst das Gelbei gesagt. Zweimal. Gelbei. Wenn's jetzt einfach lila ist, dann auch schade. Ja, moin. Du bist für ein... Was soll das darstellen? Ja, das ist egal los. Das ist ein Kuchen. Wie soll das denn mit allem essen? Ich mach's aber jetzt extra noch immer schlechter. Was? Ah, es ist gelb. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Hä? Ich bin nicht irgendwie retarded. Oh, easy, 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 easy. Was soll das darstellen? Spaghetti oder was? Was? A man is falling into the river. Und dann war ich. Da hoch. Er war letzter Toxic. Jetzt kommt Leon da. Leon ist der einzige Hinder von uns. Was? Was ist das mit dem Chinesen zu tun, Kylian? Gelb. Achso. Äh. Duolgang. Nein. Du einfach A sagst. Was hast du geschrieben? Ich schad's drüber. Alter. Du. Dinger. Hahahaha. Hä? Was? Welch der Einzige hat? Irgendwie spielst du das gerade an, das hat mir ein Bot programmiert, das irgendwie noch nicht so ganz funktioniert. Scheiße. Was ist das? Ah! Nee. Nein. Hä? Ah! Nee. Ich spam grad einfach nur irgendwelche random Wörter, die damit zu tun haben. Hä? Das ist nicht mal ein Geigen. Soll das ein Geigen sein? Ich weiß nicht. Wie nehmen wir das nochmal? Nicht Brunnen. Nicht Fallball. Ihr muss halt irgendwas schreiben und nicht gekickt zu werden, gefühlt. Outkick. Nein, kein Outkick. Nein, kein Outkick. Kann man den so scheiße malen? Soll ich Ball besser. Jetzt bin ich gespannt. Was? Es... Hahahaha. Ich hab gedacht, es wäre so ein Mensch, der da runterfällt oder so. Ich dachte, der ist geil. Ich weiß nicht, wir haben den ganzen Chat voll. Oh mein Gott. Ein substanziviertes Wörter. Ein substanziviertes Wörter. Ach Gott, ich kenn das Ding, ich kann halt nicht so schnell shit. Ja, ich war ein bisschen davor. Dann seid ihr einfach... Dann seid ihr einfach... Dann seid ihr einfach... Dann seid ihr einfach komplett lost. No fucking joke. Nein, das war's nicht. Ah ja, hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich bin so gut. Mann, ich kann nicht so schnell tippen. Ja, ich auch nicht. Ich bin so gut in diesem fucking Ding. Ja, Lars, du bist super. Wir lieben dich. Was? Alter. Leon. Korea. Korea, Junge. Das ist ja das war ein Glück, ey. Gib mal ein Dreckkornohr ein. Zwei... G, H, G. Egal, dafür überhole ich Leon Gilgis jetzt. Au, er ist weg. Nein, sie jetzt. Ich überhole ihn. Es gibt Leute, die sich konzentrieren müssen. Ne, wir machen's fair. Ne, meine Punkte sind auch weg, also... Wir können ja Kopf an Kopf ran machen. Okay, okay. Wie hieß es noch mal? Ich glaub, du hab das Taschenrecht. Also ganz kurz, Lars, das ist nicht das, was du noch malst. Oh fuck, ich jetzt weg, ich auch. Scheiße, das ist das falsche. Ah, Tipptoy. Das ist die S-Prot. Ah. Ich draufkomme aber, das ist es einfach nicht. Ne, das ist ja recht auf Schwäche. Kila, das wird auf jeden Fall klippen. Alter. Wer hat jetzt HG geschrieben? HG ist was anderes. Ja, HG. Tablett, Junge. Tablett, oder? Du brauchst es bloß. Der ist jetzt einfach ein voraus. Ich mach einfach jetzt was, weil ich das kann. Nein, ich bin so langsam. Ich wusste es. Ich bin so langsam. G, H, G. G, H, G. Hä? Oh mein Gott, nein. 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 Das Ding ist, ich kann halt nicht mal mehr aufnehmen. Nein. Oh mein Gott, ey. Zweiter Platz für, Hashtag. Oder was? Tauben Maumauer, wenn er seine Tage hat? Hh, ha. Tauben Maumafeuer, Liebinges STRAND, hab ich gehört. Tauben Maunaus, tauschen drast ich wach. Wie hieß es noch mal? Tauben meiner Arbeit. Paa? Was? Tauben Maumaaus Mutt-Geruch. Jo, da. Tauben Maumbau aus Haustier. Na wo? Das ist Torbenbomber aus Familie, wenn sie sich streitet. GHG. Ey, Torbenbomber wurde von Pennywise angelockt. Ich erkenne es genau. Ach nein, er war eine Sekunde schneller. Als ob es das sein soll. GHG. Alles wird schwarz und alle Arten. Das ist Barry. Das ist Barry. Das ist Barry. Das schlabelt hier. Torbenbomber. Was? Torben hat natürlich versucht, diese Tiere zu retten. Ich finde übrigens gut, dass ich das Wort erraten habe und danach im Bootkrieg gedrückt habe. Ich habe eine Sekunde später heute auch reingeschrieben. Aber er war halt eine Sekunde schneller. Was? Hä? GHG. Ich habe das Wort legit nur erkannt, weil ich gemerkt habe, dass ihr bei der es erkannt habt. Ey, GHG ist auf dem dritten Platz. Von D&B Nachhinein gutt. Ob Pump thato! König! Summer!